Servus, ich bin der Schiller Johannes, komme aus Tüging und wir haben heute bei mir am Betrieb eine Zwischenfrucht eingearbeitet mit der neuen Kettenscheibenhecke. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, weil der Bestand relativ hoch und dicht war und es ist sauber alles eingearbeitet worden und ist von der Flächenleistung auch sehr enorm. Wir haben so einen Fleck von drei Hektar knapp und er ist in guter 20 Minuten zum Schaffen. Die Zwischenfruchtbearbeitung haben wir gemacht für den Humusaufbau, dass der Boden nach dem Getreide, nach der Wintergerste quasi nicht brachgeling ist und wir bringen jetzt eine Grünmasse ein, die zur Humusbildung dient. Als Schlepper habe ich einen Fendt 716er dran hängen, der hat 160 PS und ich habe ungefähr an Fahrgeschwindigkeit 15 bis 16 Stundenkilometer fahren können. Was für mich sehr wichtig war, eine hohe Schlagkraft mit möglichst wenig Energieaufwand und dank der Holzbreite von fast sieben Metern ist die Flächenleistung sehr hoch und die Effizienz relativ groß. . Die Netze, die wir also erhalten,keeper die Mutant 25 bis 16 Stunden auf Chiefsalt hochint avec erstmal Ana Reach bot, eine rettung für die Kamera-Laurende 2008 im ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Dass der Abstand richtig hoch war, zeige ich euch jetzt, schauen wir rüber und schauen uns das mal an. Also ich bin jetzt 1,85 Meter groß und wie man sieht, ist das fast die Größe, wie ich habe. Und ich bin mit einem Arbeitsgang sauber eingearbeitet und zerkleinert worden. Mit der Kettenscheibenecke bin ich sehr zufrieden. Es ist der ganze Boden einwandfrei abgeschnitten worden. Das sieht man hier am Boden und die Zerkleinerung war sehr gut und es ist eine top Maschine. Kann man weiter empfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020